Herzlich willkommen mein Freund, schön dass du hier bist. Es freut mich wirklich riesig, mir geht es super gut und ich habe eine tolle Nachricht, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Ich möchte dich von ganzem Herzen dazu einladen, meinen brandneuen YouTube-Kanal Spiritual Plans zu abonnieren. Diesen neuen YouTube-Kanal habe ich geschaffen, weil ich so ein bisschen Struktur in meine Videos hineinbringen möchte. Auf diesem neuen Kanal wirst du Informationen finden, wie zum Beispiel über Iboga, Ayahuasca, San Pedro, Borax, DMSO. All diese tollen Wirkstoffe, all diese tollen Pflanzen haben mir geholfen Heilung zu finden. Sie haben mir geholfen mein Bewusstsein zu erweitern und viel Erkenntnis in diesem Leben zu erreichen. Und genau diese Erfahrungen, die ich in Zukunft noch machen werde, möchte ich mit dir auf diesem exklusiven Kanal teilen. Deswegen klicke jetzt unter diesem Video direkt auf den Link zu dem neuen YouTube-Kanal Spiritual Plans und abonniere ihn. Vergiss nicht auf die Glocke zu drücken, damit du kein Video mehr verpassen wirst. Zusätzlich möchte ich dich noch einladen, meinen brandneuen Online-Shop zu besuchen. Schau dich um, was für tolle Produkte es dort für dich gibt. Auch den Link zu diesem Online-Shop findest du ebenfalls unter diesem Video in der Infobox. So, jetzt viel Spaß beim kommenden Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Daniel. Bis dahin. Ciao.